Ich liebe es, wenn es so schön funktioniert, der Patrick hat echt beim Programmieren der LPC-Page, äh, der Plattform, so eine großartige Arbeit geleistet. Guckt euch das mal an, das steht noch absolut nicht, das meiste sieht noch crappy aus, wir sind noch am Pfeilen und so weiter, aber das finde ich schon mal richtig schön. Und zwar, wir haben für die Speaker so ein Grid, vorher war es halt eine Auflistung, alle untereinander und das ist halt nochmal viel, 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 viel schöner. Hier haben wir alle dabei, klicken wir auf einen rauf, deswegen gehen wir auf den Bastian und dann zack, kriegt man hier den Vorstellungstext, dann ist diese Seite nicht so vollgefrachtet und man kann sich genau reinziehen, von wem man den Text lesen will, wem man noch nicht kennt. Schönen. Zack. Oh, ich werde immer besser in solchen Sales-Videos. Man, 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 das war richtig stark. Ich habe jetzt gerade im vierten Anlauf, hier drüben sind meine Notizen, im vierten Anlauf das Video für die Page der Awesome People Conference, die ich jetzt gerade baue und die bis heute Abend unbedingt fertig werden muss, habe ich jetzt komplett abgedreht. Ich glaube, es ist geil geworden, es ist richtig stark geworden. Ich werde jetzt schneller YouTube hochladen, natürlich als nicht gelistet, da werde ich Patrick schicken, dann baut er es in die Page ein und dann, dann wächst das ganze Ding immer weiter, Leute, es wird fett. Ach, heute geht es Schlag auf Schlag, jetzt gibt es ein Interview, Mensch, wir haben jetzt heute und gestern Back-to-Back-Interviews, sau, sau geil. Und zwar, jetzt kommt mein Kumpo Robert, kennt ihr wahrscheinlich, von den bisherigen Tomaten-Schossen, zusammen mit seinem Geschäftspartner Govinda. Und die beiden machen nämlich Lunge Vegas und was das eigentlich für ein cooles Start ist, das werden sie uns hoffentlich gleich verraten. Ja, der ist ja der, ich sag mal, der ist ja Stefan Raab hier. So, Stefan Raab hat Platz auf seinem Sofa. Ja. Ja. Herrlich. Liebe Freunde, wir haben heute zwei coole Gäste, Robert und Govinda von hier steht's, Lunge Vegas. Und wir haben uns für heute mal ein Thema rausgesucht, was bisher auf diesem Kanal noch nie ein einziges Mal präsent war, weil ich davon gar keine Ahnung habe und die beiden aber schon. Und deswegen finde ich es sehr, sehr cool, dass ihr mitmacht. Herzlich willkommen zum Thema Crowdfunding. Wollt ihr vielleicht, bevor wir reinsteigen, so ein ganz kurzes Intro geben, wer ihr seid und was es genau damit eigentlich auf sich hat? Wir wollten ein Fastfood entwickeln, was gesund ist, aber genauso schnell geht. Wir haben uns gedacht, weil wir schon immer die Idee hatten, wir wollen nicht nur, sag ich mal, Sandwiches und so Sachen essen. Wir wollten richtige Menüs, richtige leckere, deftige Sachen. Haben wir uns Gerichte aus aller Welt ausgesucht, die wir so in Menüschalen verpacken. Die muss man einfach nur in den Ofen schieben und in ein paar Minuten ist es warm. Da hat man quasi ein schnelles, gesundes Essen. Genau. Geil. Voll gut. Und was ist dein Job bei der ganzen Sache? Mein Job, also ich bin Robert Löchert, ich bin eigentlich Veganer Koch im Grunde. Ich bin über viele Umwelche da zugekommen und wir kennen uns seit Ende letzten Jahres, haben wir uns auf dem Green Market kennengelernt. Das ist quasi der vegane Weihnachtsmarkt. Ja, kennen alle. In der Szene, kennen alle. Ich weiß. Ich weiß. Noch mal. Voll die Community. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Also ich mache natürlich mit Produktentwicklung, also Rezepte im Team zusammen natürlich. Und dann bin ich immer mehr in die Abteilung Marketing so quasi reingerutscht, wie kann man sagen. Und ja, wir haben ja da auf jeden Fall tägliche Erfahrungen. Und weil wir beide auch, sag ich mal, so befreundet sind immer mehr und sind zusammen so Fußballschulen und so. Es ist ja immer so, würde ich auf jeden Fall immer jedem empfehlen, dass man wirklich mit Leuten auch zu tun hat, die so, sag ich mal, was ähnliches machen. Weil Business bleibt immer Business. Man lebt ja auch vom Verkaufen und so. Und dass man auch einfach weiß, warum mache ich das und was unterstütze ich damit auch. Und das ist auch unser Ziel, weil wir denken auch, dass dieser Markt auch an der Zeit ist, dass er einfach mal umdenkt. Also diese ganze, ich weiß, ich keine Werbung mache, du wirst, weil ich halt meine ganzen Erfrischungsgetränke, was es halt gibt, diese mit den Automaten und so oder die jense Schokurile, was es gibt. Und wir bieten halt ja im Grunde die gesunde Alternative zum Fastfood in Verbindung mit dem Automaten. Für jeden, der quasi wenig Zeit hat und aber trotzdem auf seine Gesundheit achten will und nicht irgendwie in der Mittagspause zum McDonald's gehen will. Und dann habt ihr quasi, oder beziehungsweise wann ist die Idee entstanden? Von dir kommt die Idee? Und die Idee ist mit dem Catering entstanden. Wir machen ja seit über 10 Jahren Catering. Und deswegen kamen wir so in Kontakt mit diesem täglichen Essen, jeder braucht was. Selbst wenn es leckere Sachen in der Nähe gibt, ist es trotzdem irgendwann mal langweilig. Die Abwechslung macht es eigentlich. Deswegen auch so die Reise um die ganze Welt und Gericht aus aller Welt. Ja, vor circa zwei Jahren haben wir dann so richtig gesagt, jetzt müssen wir es mal umsetzen. Das erste Jahr war ein bisschen langsam. Da war viel mit dem Catering los und wir haben es schon auf einer Messe vorgestellt und haben ein gutes Feedback bekommen und haben gedacht, ja, jetzt langsam ist die Zeit reif. Dann kamen die ersten vegetarischen Festwerke in der Schweiz im Coop und haben gedacht, wow, jetzt ist es zu spät. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt ist doch die richtige Zeit. Die machen uns so ein bisschen den Weg frei. Mal gucken, wie das bei denen läuft und ob sie nach zwei Monaten wieder draußen sind. Na ja, und nach einem weiteren Jahr haben wir gesagt, also wenn nicht jetzt, dann nie. Und dann kam eigentlich das zu dem Punkt, was du vorhin angesprochen hast mit dem Crowdfunding, weil das hat uns auch sehr viel, sag ich mal, Inspiration am Anfang gegeben. Weil oft ist es ja so, man steht da, man hat eine Idee. Klar, selber ist man immer total überzeugt von der Idee. Und man weiß immer nie, was sagen die anderen denn wirklich darüber. Und dafür ist das Crowdfunding zum Beispiel auch super. Man kann rausfinden. Um ganz kurz reinzuspringen, magst du vielleicht für jeden, der zuguckt und sagt so, habe ich noch nie gehört, so ein ganz kurzes, was ist Crowdfunding und warum ist das Modell an sich generell einfach so interessant? Also, Crowdfunding selber kann man viele Worte dafür verlieren. Im Grunde ist es die Idee, dass man Geld sammelt durch die Crowd, durch andere Leute. Da gibt es verschiedene Modelle. Da gibt es das Crowdfunding, das Crowdlending, das Crowdinvesting. Ja, kommt auf das Projekt drauf an. Aber wir sprechen jetzt mehr um das Crowdfunding. Da gibt es dann auf Spendenbasis oder Rewarded-based, sagt man im Englischen. Das heißt, dass man dafür was kriegt. Das heißt, man sagt, hier ist mein Projekt. Wer würde mir da helfen, das zu unterstützen? Das heißt, du hast quasi eine Idee und hast aber nicht die finanziellen Kapazitäten so umzusetzen und dann sagst du, hey Leute, das und das. Wenn ihr Bock habt, unterstützt mich gerne, dann können wir das gemeinsam realisieren und ihr kriegt dann dafür, wie bei euch jetzt, alle Leute, die es mit unterstützen, kriegen dann einen Gutschein für euren Job, wenn der dann steht zum Beispiel. Das ist so dieses Modell. Eigentlich hast du jetzt einen Punkt angesprochen, der eins der wichtigsten ist. Okay. Und das ist gemeinsam. Dass die ganze Community das Gefühl hat, wir machen da mit. Wir sind auch ein Stück weit ihr Projekt und nicht euer Projekt, wo sie hinlässt. Genau. Wir sind zwar irgendwo, wir sind die Leute, die es umsetzen, aber wir brauchen alle und wir sitzen alle in einem Boot. Weil entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Und denen das Gefühl zu geben, ist auch eine ganz spannende Sache. Immer updaten, immer irgendwie mit teilhaben lassen, was passiert. Nicht nur, danke und tschüss. Hier geht man eure Kohle, danke und dann hauen wir ab damit zurück. Und wie geht man das Ganze jetzt an? Okay, ihr hattet diese Idee, ihr würdet gerne die Idee umsetzen, hat nicht die finanziellen Mittel. Und was waren dann so die ersten Steps, um so eine Kampagne zu starten? Wie seid ihr da vorgegangen? Ich kann schon mal sagen, wir sind nicht ganz richtig vorgegangen. Okay. Genau dafür ist dieses Video alles teil. Und am besten ist, man setzt sich erstmal damit auseinander, bevor man anfängt. Wir haben zum Beispiel, ja, wir haben erst ein Imagevideo gedreht, weil ich habe einen Freund gehabt auf den Kanarischen Inseln, der ein sehr professioneller Filmemacher ist und haben gedacht, okay, machen wir erstmal ein Imagevideo, das passt. Und während ich dorthin geflogen bin, habe ich mich darüber ein bisschen informiert, was Crowdfunding überhaupt ist. Dann haben wir das Video gedreht und das war im April letzten Jahres und im November letzten Jahres haben wir die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das heißt, als dann das Video fertig war, hatte ich erstmal ein halbes Jahr alt. Die Ideen sind weitergegangen, haben sich entwickelt. Und dann habe ich jetzt herausgefunden, was eigentlich, was das Wichtige ist bei Crowdfunding. Naja, okay, also besser erstmal informieren. Okay, was ist das Wichtige bei Crowdfunding? Das sind ein paar Worte zu fassen. Also, auf jeden Fall kann man dazu sagen, was ganz wichtig ist, erstmal mit Leuten in Kontakt zu kommen. Dass man irgendwo mit Leuten über die Idee spricht und schon mal eine kleine Community aufbaut und guckt, wo ist denn eigentlich meine Community? Wer interessiert sich denn eigentlich dafür? Und das hat auch ganz viel damit zu tun, irgendwo die Idee, die ich habe, mal zu visualisieren. Nicht nur, ich habe eine Vision und alle finden es bestimmt toll. Und jeden, den ich frage, wie wird es meine Idee? Oh, toll. Es ist klar, dass jeder so antwortet, wenn sie einen mögen und so. Aber irgendwo rauszufinden, wie es denn dann wirklich ist, ist schon mal eine Kunst. Und so baut man auch seine Community auf. Man findet, man fragt die Leute, vielleicht fragt man sie indirekt. Und dann wird man sehen, wo sind die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, was ich machen will. Und das heißt, der Schlüssel ist ein Stück weit nicht, und weil du vorhin gesagt hast, wir haben es eigentlich nicht so cool gemacht, der Schlüssel ist nicht, die Kampagne aufzusetzen und niemand kennt einen und dann zu gucken, okay, jetzt fundet mal so, sondern eigentlich im Vorfeld die Community zu haben, im Vorfeld schon Leute zu kennen, die Bock auf die ganze Geschichte hätten und dann damit rausgehen, weil man dann halt direkt einen ganz anderen Start schafft, als wenn einen vorher noch niemanden kennt und man dann versucht, wirklich erstmal irgendwie Leute für sich zu gewinnen. Und das ist eigentlich die richtige Kampagne, könnte man nennen, ist diese Vorbereitung. Man macht die Crowdfunding-Kampagne, man nennt die auch, könnte die auch so nennen, aber das letztendliche Funding, das letztendliche, sag ich mal, das Geld einsammeln so zum Schluss, sind die letzten 40 Tage oder einen Monat, manche machen nur zwei Wochen, das geht dann ganz schnell und vorher arbeitet man sich, spricht mit den Leuten und so weiter und dann geht es nur noch darum, okay, und jetzt kommt die Runde sozusagen. Das ist interessant. Und um sich jetzt vielleicht ein bisschen praktischer vorstellen zu können, wie geht man das Ganze an, was gibt es da für Plattformen, wie geht man da irgendwie von einer konkreten Umsetzung vor? Also Plattformen gibt es ganz viele. Wir haben jetzt Startnext gewählt, da kann man sich auch so ein bisschen umgucken, was gibt es denn da eigentlich schon so? Weil es gibt Plattformen, die sind vielleicht ein bisschen mehr, wir haben jetzt klar mit Essen zu tun, da gibt es vielleicht sowieso die Rubrik Essen, da gibt es andere, die bieten irgendwas rund um Essen an. Dann gibt es Plattformen, die sind zum Beispiel nur für Künstler, Musiker, Filmemacher oder so. Und da gehen dann auch die Leute hin, die vielleicht so etwas interessiert, die da vielleicht was unterstützen wollen. Und, und, und. Es gibt tausend. Dann sucht man sich die aus, die man will und liest sich dann halt mal durch, wie soll man denn dein Projekt präsentieren? Weil die Projektpräsentation ist eigentlich das, wo auch alles drauf kommt. Voll. Niemand kennt euch, kommt auf die Seite und guckt dieses Video an und denkt sich so, langweilig, gehe ich wieder. Oder cool, bleib ich da. Genau, und das Video, wie du sagst, das Video muss kurz, präzise und vertrauenserweckend und überzeugend sein. Dann gibt es auch jede Menge Text, die sind die Fragen, also God Weiss That Next, die Fragen waren echt gut. Also, wie die, die aufgebaut haben, warum soll man euch unterstützen und so weiter, wer seid ihr? Ach, Fragen sind vorgegeben, ihr müsst darauf antworten sozusagen und dann kann derjenige, der auf die Seite kommt, das Ganze sich durchlässt. Genau, das heißt, das Video ist die Einleitung und wenn man dann überzeugt hat, dann fangen die an sich, das durchlässt, wenn sie wollen, vielleicht sagen sie auch, ah, gleich tolle Sache, unterstütze ich. Aber dann kann man richtig durchlesen, weil irgendwo ist ja auch, es gibt Leute, die sagen, oh, ich bin Albert und ich möchte gerne ein paar Schafe retten und ich brauche 100 Euro, weil ich möchte denen gerne was zu essen kaufen. Ist eine leichte Sache, die muss keiner kennen, macht man so. Aber wenn man jetzt sagt, wie wir das gemacht haben, wir haben ein großes Projekt vor, wir wollen Fertiggerichte herstellen, das ist ein Projekt, das braucht mehrere hunderttausend Euro, wir fragen jetzt für die ersten 10.000 Euro. Das war euer Ziel. Das war unser Ziel, weil wir wollten die Verpackungsmaschine schon mieten, damit wir schon mal die ersten Muster produzieren können, damit wir anfangen können, irgendwie uns zu bewegen, weil es halt doch ein ziemlich langer Rattenschwanz zu hinten dran ist und überhaupt, oder ich da vorne dran, wo man überhaupt anfangen kann. Das heißt, es funktioniert eigentlich so, dass das Ziel sind 10.000 Euro, das sieht dann derjenige, der auf eure Seite kommt und denkt sich so, wow, okay, cool, das möchte ich unterstützen, gibt irgendwie 20 Euro in den Topf oder sowas und wenn letztendlich das Ziel nicht erreicht wird, dann hat derjenige kein Risiko, sondern dann bekommt er seine Kohle zurück, weil ja quasi euer Fundingziel nicht erreicht wurde, richtig? Ganz genau. Und das ist eigentlich auch das Schöne, was ich auch gerne allen mitgeben möchte, andersrum ist es ganz genauso. Man investiert zwar Energie, klar, man muss sich da anmelden und so weiter, man muss einen Film drehen, gut, vielleicht, wenn man da den nicht selber macht, den kann man auch selber mit der Handykamera machen. Je authentischer, je besser. Wenn es zu professionell ist und zu, weiß ich nicht, dann vielleicht können die Leute auch gar nicht da einen Bezug aufnehmen und man hat selber nichts zu verlieren. Man kann einfach sagen, ich mach mal eine Runde, wenn es geklappt hat, dann toll, wenn es nicht geklappt hat, dann halt nicht, dann bereite ich mich nochmal von und mach noch eine Runde. Und in dem Sinne ist es ja für beide Seiten eine ganz entspannte Sache. Aber, oder nicht, aber dazu kommt, es gibt auch immer zwei Einstellmöglichkeiten. Es gibt das Fundingziel und eine Fundingschwelle. Okay. Wo ich sage, mal angenommen, wir haben es auch so gemacht, wir haben gesagt, wir würden natürlich gerne die Maschine kaufen, die würde aber 55.000 kosten. Natürlich haben wir gehofft, wir können vielleicht so viel erreichen, aber es war jetzt eigentlich auch ein bisschen unrealistisch, weil auch zu dem Thema Food und auf der Plattform gab es ganz wenige Leute, die so viel Geld geben. Das ist übrigens auch ein guter Tipp. Andere Crowdfunding kann man angucken, wie machen die die Videos, wie gefallen einem die Videos und so weiter. Und dann kann man sagen, das ist mein Ziel, aber wenn ich diese Schwelle erreiche, das waren bei uns 10.000, dann kann ich schon anfangen. Also entweder, und gut erklären, entweder ich kann die Maschine kaufen oder ich kann sie mieten. In beiden Fällen kann ich anfangen, aber alles, was unter 10.000 ist, macht keinen Sinn, weil dann können wir sie nicht mieten. Also, das müssen die Leute auch wissen, dass wenn ich was gebe und wenn es klappt, dass es dann doch noch zu wenig war und die können doch nicht anfangen. Genau, weil jeder will wissen, also natürlich, die Leute spenden jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, zigtausend Euro oder sowas. Aber auch selbst wenn man 10 Euro gibt, dann will man natürlich wissen, dass mit diesen 10 Euro in der was passiert und es nicht irgendwie einfach dann verbrennt und dann ist es weg. Sondern die wollen halt genau wissen und da sind halt, glaube ich, dann diese, man hat die Möglichkeit, solche Geschenke einzustellen. Dass jemand, der Summe X spendet, halt irgendwie was Konkretes dafür bekommt, dass er nicht nur eine coole Idee unterstützt, sondern direkt weiß, okay, wenn das Projekt dann funktioniert und wenn das umgesetzt wird, dann kriege ich später irgendwie was dafür. Genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Geschenke können direkt was mit dem Projekt zu tun, irgendwie sollte es schon einen Bezug zum Projekt dazu haben. Was war es bei euch, um kurz einfach das konkret zu machen? Also wir hatten hauptsächlich Gutscheine, dass man sagen kann, ich gebe, weiß ich nicht, 20 Euro und kann mir später im Wert von 20 Euro Essen kaufen. Im Wert von 20, im Wert von 50, im Wert von 80, im Wert von 100. Dann hatten wir so Kleinigkeiten, wie bedruckte T-Shirts, bedruckte Schneidebretter und sowas. Auch von meiner Schwester bemalte Blätter, sie haben auch gesagt, sie macht mit im Projekt, sie kann euer Porträt auf dem Blatt malen und so. Hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber es ist irgendwo ein schöner Artikel, wo man sagt, ist auch immer so eine Sache. Wir haben auch kurz vor Weihnachten gemacht, die Cloudfiling Kampagne, ist eh die Geschenkzeit. Und wenn man sagt, ich habe noch irgendwas, was die Leute dann sagen, das ist ja ein geiles Geschenk, also auf dem Baumblatt ein Porträt von mir oder von meiner Freundin oder von uns beiden, das ist doch eine geile Sache, sowas. Dann, ja, dann muss die Leute halt irgendwie begeistern, ein bisschen Geld dazu lassen. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr, sehr clevere Zeit, dann so eine Kampagne zu machen, weil dann die Leute so ein Stück weit in dieser, ich unterstütze jetzt andere Menschen und ich mache da Geschenkestimmung sind. So haben wir uns das gedacht. Und dann haben wir aber unsere Cloudfiling Kampagne zu lange gemacht, weil wir auch nicht, wir hatten, weil ich vorhin gesagt habe, wir haben zu früh angefangen, wir hatten nicht so viele Leute noch vorher. Also haben wir gedacht, okay, wir machen lieber länger und können uns währenddessen auch noch ein bisschen Community auch. Drei Monate lief das insgesamt? Drei Monate und dann war man natürlich schon nach Weihnachten. Obwohl wir ein bisschen Werbung gemacht haben, ihr könnt es als Geschenke benutzen, haben die Leute dann gesehen, selbst wenn, also zu Weihnachten kommt es dann auch nicht mehr an. Also haben wir so, sind wir da ein bisschen rausgerutscht. Aber es gab zwei immer noch gute Freunde, die ich auch da kennengelernt habe, mit denen ich auch mich ausgetauscht habe. Die haben es genau kurz vor Weihnachten Schluss gemacht und hatten halt richtig coole Geschenke. Das ist sehr, sehr smart. Also im Prinzip, um das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen, im Prinzip macht es echt die Vorbereitung aus, also sich am Anfang einen konkreten Plan machen, was haben die Leute davon, wie kann ich vorher eine Community aufbauen, wie mache ich ein Video, was genau meine Message oder mein Ziel, mein Projekt irgendwie auf den Punkt bringt, in kurz, knackig und dann im Prinzip eigentlich hinten raus und das ist halt interessant, eigentlich die Kampagne an sich, dann hinten eigentlich, wenn man die Vorarbeit geleistet hat, gar nicht mehr so schwer ist, weil man quasi eigentlich diesen Grund, diesen Boden sozusagen vorbereitet hat und dann geht es nur noch darum, hey Leute, das ist das Ziel, das ist das Projekt genau, supportet uns, macht mit Geld und so weiter und voll cool. Und das ist auch nicht so, dass man sagt, ah jetzt habe ich eine große Facebook-Seite und jetzt kommen irgendwelche Leute, das ist auch was ganz Persönliches, wo man sagt, hey ich habe Freunde, hey wir können uns doch schon so lange kommen, ich habe eine Idee, willst du nicht was geben? Aber die Sache ist auch, wenn ich nicht mal meine Familie, meine Freunde überzeugen kann, mir ein bisschen was zu geben, wie soll man das andere überzeugen? Und so fängt es dann auch an, wenn man sagt, okay, weiß ich, in einer Woche startet, bitte Mutti, Vati, Oma, Opa, könnt ihr auch was dazu geben? Dann ist auch ein wichtiger Punkt, weil dann geben die schon was und dann sehen andere, oh da gibt es ja schon jemanden was, ah dann kann ich auch was geben und dann diesen Synergie-Effekt muss man haben, die Menschen sind so. Und der Schneeweite immer größer. Ja, ja, ganz genau und es gibt eine tolle Dynamik und dann teilen die das natürlich auch und dann passiert schon fast von selbst. Also bei uns war es auch so, die ersten zwei Wochen, klar, erst kam die Familie und dann kam immer Leute, ich habe jeden Tag geguckt, oh schon wieder jemand, schon wieder jemand, schon wieder jemand, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Aber dann nach einer Weile, ich glaube es waren ungefähr zwei Wochen, hat es so abgerissen und dann war unsere Arbeiter-Arbeiter-Arbeiter-Phase, wieder irgendwie ein bisschen mehr Leute ranzukriegen und die letzten zwei Wochen. Kurz vorm Schluss ist dann auch immer so ein bisschen diese, wenn es fast geschafft ist, wenn es nicht fast geschafft ist, wenn die Leute sehen jetzt als unrealistisch, es wird eh nichts mehr, dann geben sie auch nichts. Das ist auch ein Punkt so. Man muss in die Psychologie so ein bisschen reingehen. Voll, du musst eigentlich, genau, du musst eigentlich so kurz vor Ende, so noch so ein paar letzten Meter, dann sind alle natürlich motiviert, sharen es nochmal, motivieren ihre Freundin und so. So interessant, so, so gut. Voll gut, danke für den kleinen Einblick auf jeden Fall schon mal so. Ich hoffe, vielleicht können wir in Zukunft nochmal so ein Teil 2 zum Thema Crowdfunding drehen und dann noch ein bisschen mehr in die, noch ein bisschen tiefer irgendwie einsteigen. Aber ich fand es heute schon mal sehr, sehr interessant. Und vielleicht noch so als Abschluss, wenn ihr jetzt sagt, so ein cooles Modell irgendwie, ich habe Bock mich gesund zu ernähren und habe aber nicht so viel Zeit und sowas. Es ist ein interessantes Projekt, möchte ich gerne dranbleiben. So, wie kann man mehr von euch erfahren? Was sind so ganz kurz so die nächsten Steps von euch? Also wir sind, ja jetzt, ich komme jetzt nach Mitte und da, aber es war jetzt, hast du sehr gut gemacht. Eigentlich kann ich sagen, war richtig doof, dass wir uns so spät kennengelernt haben. Weil, ne, dich hätten wir genau gebraucht zur Crowdfunding-Kampagne. Aber, das warst du noch gar nicht überholt? Genau. Der kam kurz danach. Aber ich würde es ja auch gerne erzählen, mein, also gar nicht, gar kein Problem. Also das würde ich auch noch sagen. Das ist eigentlich das, was wir jetzt machen, ist so, das hätten wir vorher haben müssen. Also diesen, ich sage jetzt mal, relativ Status, ja, wo man schon ein bisschen bekannt ist. Also wir werden jetzt, wo ihr uns am besten verfolgen könnt, was eigentlich alle zwei, drei Tage immer aktualisiert ist mit neuen Videos, neuen Bildern. Was ist der Stand der Dinge? Immer Facebook, einfach Lunch Vegas. Wir sind auch bei, genau, wir sind bei Twitter aktiv, ja, da haben wir auch ein paar hundert Follower, aber das ist jetzt alles, was so nebenbei läuft. Es ist ja wichtig, dass man überall für wenig Geld zu sehen ist, ja. Man muss überall zu sehen, das hat auch mit Marketing zu tun, ne. Und, ja, wir sind im Weltvegan-Magazin zu sehen. Falls das jemand interessiert, ab September, wir, das machen wir dann in Videoteil 2, wir sind in einem, in einem Videoland, wahrscheinlich ab September. Es wird ein Automat ab September, es wird ein Automat ab September geben. So, für den Automaten haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Also im Prinzip, genau, das Modell ist ja, es werden die Gerichte hergestellt, ihr könnt die über einen anderen Landschaft kaufen, aber man kann sie jetzt auch bald in Zukunft vor Ort holen gehen. Genau. Noch einen Satz zu den Automaten? Der Automat, der, das ist im Grunde so cool, ja. Also, erstmal, nur ganz kurz, erstmal ist unser Automat, ja, dafür da, wie gesagt, die gesunde Alternative, ja, zu allem. Es wird auch nicht nur unsere Gerichte noch geben, es wird auch in Zukunft Smoothies, Salate geben, es wird, ja, wir haben, wahrscheinlich auch Kombucha und sowas drin haben, also, dass man quasi auf die schnelle Art und Weise ein komplettes Gericht bekommt, ja, von Vorspeise zum, ja, bis Nachtisch, aber wirklich alles bio, vegan und eine richtig gute Qualität und was auch jeder essen kann. Das ist auch mein Anspruch als Koch, immer, dass es jeder essen kann, ja, vom Kind bis zum Onkel Doktor und hast es nicht gesehen und, ja, also, wir haben, wir sind jetzt mit 8 Gerichten gestartet, ja, klar, wir haben unseren Online Shop, aber das ist erstmal nur, dass die Leute was, klar, die können was bestellen, aber wenn man noch nicht so bekannt ist und mit dem Versandkurs muss alles noch optimiert werden, aber da sind wir auf jeden Fall auch zu sehen, Instagram, ja, wir haben auch einen YouTube Kanal, aber da sind bis jetzt nur unsere beiden Videos zu sehen, das kommt auch alles noch später, wir haben ja auch vorhin ein Gesundheitskonzept mit aufzubauen, weil wir beide viel Erfahrung haben, also ich bin quasi das lebendige Beispiel vom Rollstuhlfahrer zum Sportler zu werden, ja, er hat noch nie Fleisch gegessen unterwegs, hat damals in der Schule als Kind Schulrekorde gebrochen, weil er immer Vegetarier war, er ist ja in dem groß geworden, also da gibt es noch auf jeden Fall mehr zu klären als heute, für viele Interessen halber, ja, und wir wollen ja auch nicht missionieren oder wir wollen einfach nur, es ist immer, gerade als Mann, so immer lebendige Beispiel sind immer wichtiger, ja, und einfach nur authentisch und immer das Positive, nicht, ob das, was man verzichtet, sondern was ist das Gute daran, ja, und wer will nicht mehr Lebensqualität haben im Leben oder mehr Energie oder sagen können, ja, ja, also auf allen sozialen Messen, also es wird nicht langweilig, könnte man sagen, veganes Sommerfest am Wochenende, finde ich natürlich auch am Start, die beiden Jungs mit ihrem Team auch auf jeden Fall, da kann man in Berlin euch abchecken und ansonsten, genau, verfolgt die Facebook-Seite, da gibt's ne Menge spannende Infos, sag, Einsatz zum Automaten, der Automat ist ja im Grunde wie ein Kühlschrank und da links und rechts daneben sind so Öfen zum Warmmachen gleich, und die wird mit 8 Gerichten jetzt gestartet, und die stehen dann, wo stehen die dann, die Autoraten zum Beispiel so, im Bioladen? Hauptsächlich, nee, hauptsächlich sind die so für Firmen, die eine Alternative, keine Kartine haben, weiß ich, zu klein für eine Kartine, aber zu groß ohne was zu haben, oder wenn es eine Kartine gibt als Alternative, so ein bisschen, ja, Büros, Krankenhäuser, Nachtschichtarbeiter, da sind alles so Polizeibewerder da, da sind wir alle schon in Kontakt, da erzählen wir auch ein andermal dazu, aber wichtig ist ja, die Leute könntet nehmen, kaufen, das wird dann später auch so sein per App bezahlen zu können, ja, das ist alles so ganz flexibel gestaltet alles, ne, und bei 8 Gerichten aus 6 verschiedenen Kontinenten ist für jeden was dabei, ist garantiert, also es wird auch nicht langweilig, dadurch ist auch alles unser Anspruch, ne, ja, und wie gesagt, es sind die Öfen links und rechts, da kann man sich gleich warm machen, voll easy. Sauber, letzte Frage, was ist euer persönliches Lieblingsgericht aus eurem Sortiment? Was ist das Beste? Was ist das Leckerste? Nein, das ist die ayurvedische Kugel-Sophane, ja. Meins ist Thai-Curry. Okay, ich... Das wären die beiden besten auf jeden Fall am Wochenende. Danke, dass ihr mitgemacht habt, hat mich gefreut. Dankeschön. Sehr sehr geil. So, ich kaufe natürlich nicht die Katze im Sack und bei allem Crowdfunding und so weiter, müsste die Dinger ja auch erstmal schmecken. Und glücklicherweise haben wir die beiden Jungs hier zwei Gerichte dagelassen, und die... Oh, guck mal hier, das ist kurz vorm Platzen, ich glaube, das ist fertig. Wuhu! Äh! Danke! Mann! Taste-Test! Ha! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was das beides jetzt ist im genauen. Also das sieht mir hier so ein bisschen aus wie so... Couscous mit gem... marokkanischer Gemüsepfanne, keine Ahnung, von wo auf der Welt es herkommt, aber wahrscheinlich so ein bisschen aus dem arabischen Raum. Und das ist hier vermutlich irgendwas... eher sowas europäisches. Das sind einfach Nudeln mit so allem möglichen Gemüse. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich hab das jetzt einfach nur in den Backofen gemacht und hab das jetzt warm werden lassen. Ja. Schmeckt geil. Schmeckt wie früher in der Schulkantine, nur lecker. Ich wollte jetzt ja mal komplett außen. Hast du? Schwerste Karte ist am besten. Ui. Das will ich auch probieren. Mhm. Muss ich euch was zeigen. Und zwar... Ich habe gestern damit angefangen, die Awesome People Conference Speaker vorzustellen. Gestern hat sich Laura selbst vorgestellt, heute muss ich das leider aus der Ferne übernehmen. Markus und Fili sind nämlich gerade nicht in der Nähe. Für alle, die sie noch nicht kennen, was wahrscheinlich echt wenige sein werden, die beiden sind so krass unterwegs sind. Die digitale Nomaden, echt die krassesten überhaupt einfach, was die unterwegs sind, was die trotzdem unterwegs für ein Pensum abreißen. Mit der DNX, digitale Nomadenkonferenz, ja mittlerweile eine echte Hausnummer in dieser Szene. Und wisst ihr, was geil ist? Haha, wir scrollen hier mal ein Stückchen. Bam. Ich bin bei der nächsten Awesome People Conference als Speaker dabei. Ich freue mich riesig und worüber ich mich auch riesig freue, ist, dass Conny wieder dabei ist, dass Conny in Berlin sein wird und worüber ich mich auch riesig freue, ist, dass Benjamin Jaworski dabei sein wird von der letzten LPC. Und worüber ich mich auch riesig freue, ist, dass Sascha Moderator ist. Also, die beiden sind echt krass unterwegs, machen nicht nur eine Konferenz, machen auch DNX-Camps überall auf der Welt. Gibt es freshe Retreats, wo an Business gearbeitet wird und genetworked wird. Hier haben wir Ägypten, hier haben wir Brasilien und so weiter und so fort. Es gibt noch viele, viele weitere Locations. Dann sind sie dabei, die erste spanischsprachige DNX in Buenos Aires, Argentinien gerade zu planen. 1. März und in Lissabon wird es wieder eine Englischsprachige geben. So, so krass. Das ist aber noch nicht alles. Die haben noch weitere Projekte. Markus hat noch seinen eigenen Podcast mit Lifehacks, wo ich auch schon zu Gast sein durfte. Markus rastet gerade voll auf das Podcast-Medium aus. Jeden Tag gibt es eine Episode rund um die Themen Selbstoptimierung, Entrepreneurship, Online-Marketing und so weiter. Und Feli hat noch einen Travel-Blog mit Travelisher am Start, der auch voll gut abgeht. Und ja, das sind so die ganzen Projekte. Die beiden haben echt einiges auf Zack. Im Interview wird es genau darum gehen, wie man sein eigenes digitales Nomadenbusiness startet. Also alle, die Bock haben, um die Welt zu reisen und online Geld zu verdienen, kommt auf jeden Fall hin. Und checkt das, wenn ihr nicht aus Berlin kommt oder auch nicht hinkommen könnt. Checkt das auf jeden Fall Ende November in der Konferenz aus. Die beiden sind richtig, richtig großartig. Liebe Freunde, wir sind jetzt kurz auf der DS7X. Das Ding hier stand die ganze Zeit draußen auf Polkom und ist jetzt voll kalt und will gerade nicht so richtig filmen. Ich will noch einen ganz kurzen Tag aufnehmen. Ich bin so durch einfach, wenn wir jetzt 0.17. Aber ich will euch nochmal zeigen, wir sind zu 98% mit der Page fertig. Morgen wird sie gepublished. Ich will euch einen kleinen Einblick geben. Ich bin so stolz, seriously ey. Man, hier. Dodo hat einen richtig großartigen Header gebaut. Video ist am Start. Page, darüber bin ich eh am allermeisten happy. Das ist jetzt nicht so ein riesiges Chaos wie beim letzten Mal. Das ist alles untereinander und die Page ewig lang ist. Sondern hier, man klickt hier drauf, sagt sich, wer ist der Matthew, interessiert mich. Dann kann man sich hier Vorstellungstext reinziehen und weiterscrollen. Einfach herrlich. Einfach herrlich. Opt-in. Hier, wie läuft die ganze Geschichte ab? Kurze Vorstellungen. Für wen passt das nochmal ein Opt-in. Fertig. Simple, easy und so weiter. Das war's für heute. Schreibt uns gerne mal ein kleines Feedback rein. Hat euch das Thema Crowdfunding interessiert? Wollt ihr dazu mehr in Zukunft sehen? Soll ich mit den Jungs vielleicht nochmal ein Update machen? Sagt ihr so? Ist eigentlich gar nicht so interessant. Ich fand's auf jeden Fall mega spannend. Will das in Zukunft mal testen. Danach noch ein bisschen gequatscht. Einige Ideen und so weiter. Auf Wiedersehen. Bis jetzt.